Ein Luftbefürchter für Babys ist ein Gerät, das dazu dient, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu erhöhen, um ein angenehmes und gesundes Raumklima für Neugeborene und Kleinkinder zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da Babys empfindlicher auf trockene Luft reagieren können, was zu Problemen wie trockener Haut, Reizungen der Atemwege, Husten und sogar Infektionen führen kann. Ein angemessener Feuchtigkeitsgehalt in der Luft kann dazu beitragen, solche Beschwerden zu verhindern und die Atemwege der Kleinen zu unterstützen, insbesondere in den trockenehren Wintermonaten oder in Räumen mit künstlicher Heizung oder Klimatisierung. Ein Luftbefürchter kann somit eine wichtige Rolle dabei spielen, die Luftqualität zu verbessern und das Wohlbefinden von Babys zu fördern. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Luftbefürchter für Babys. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5 – Govelife Ultraschall Luftbefürchter Verbinden Sie intelligente Luftbefürchter mit einer App und steuern Sie die Nebeleinstellungen bequem aus der Ferne. Erleben Sie zusätzlichen Komfort mit Erinnerungen zur Reinigung, Zeitplanoptionen sowie einem Timer und einem benutzerdefinierten Modus. Diese Luftbefürchter sind kompatibel mit Alexa, dem Google Assistant und IFTT. Wenn Sie mit dem Govelife Thermohygrometer verbunden sind, regulieren Sie automatisch die Luftfeuchtigkeit auf ein angenehmes Niveau, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Perfekt für das Kinderzimmer und den Pflanzenbereich, sorgen Sie für die ideale Luftfeuchtigkeit. Die Kühlnebelluftbefeuchter verfügen über einen 3-Liter-Wassertank, 8 Nebelstufen, können bis zu 220 mL-H-Nebel ausstoßen und bieten eine Betriebszeit von bis zu 25 Stunden, sodass Sie sich keine Sorgen über häufiges Nachfüllen machen müssen. Fügen Sie Ihre bevorzugten ätherischen Öle in den Sockel ein, um eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. Schalten Sie das RGB-Licht des Luftbefeuchters nachts im Schlafzimmer ein, um beruhigende Lichteffekte für Ihre Aromatherapie zu erzielen, die Ihnen beim Einschlafen helfen. Hier ist der Punkt Nummer 4, Konopu Luftbefeuchter. Konopu Luftbefeuchter haben die Fähigkeit, bis zu 300 mL-H-Nebel abzugeben und die Luftfeuchtigkeit schnell auf 50% bis 80% zu erhöhen, um effektiv Trockenheit zu lindern und Symptome von Husten und trockenem Hals zu mildern. Um die langanhaltende Leistung und Effizienz des Befeuchters zu gewährleisten, wird empfohlen, ausschließlich reines Wasser zum Nachfüllen zu verwenden. Der Konopu Luftbefeuchter für Schlafzimmer kann über einen Zeitraum von 30 Stunden kontinuierlich feinen Nebel in die Luft abgeben und mit einer einzigen Nachfüllung bis zu drei Nächte lang halten. Mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern sorgt eine Nachfüllung für langanhaltende Befeuchtung und hält Ihre Innenräume angenehm feucht. Dank seines hohen Nebelvolumens kann er Räume von bis zu 20 abdecken und das gesamte Raumklima auf einem gesunden Feuchtigkeitsnebel erhalten. Der Konopu Weiß 4L Luftbefeuchter, Ihr perfekter Begleiter für zu Hause, verfügt über einen speziell gestalteten oberen Befeuchter-Port, der ein müheloses Zuführen von Wasser ermöglicht. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie lediglich den oberen Deckel entfernen und Wasser von oben hineingießen oder den Befeuchter reinigen. Der Punkt Nummer 3 – Humvana Luftbefeuchter Kühler Luftbefeuchter und Aromatherapie und Stimmungslicht – alles in einem Kauf. Lassen Sie den Humvana H101 Ihr bester Begleiter im Schlafzimmer sein. Dieser Raumluftbefeuchter verfügt über einen Schlafmodus mit deaktiviertem Display und die exklusive Silenzspray-Technologie, um Geräusche von weniger als 23 dB zu gewährleisten. Sogar geräuschempfindliche Babys können die ganze Nacht tief und fest schlafen. Der Raumbefeuchter wurde weltweit nach ETL, FCC, CE und Oconomen zertifiziert und bietet risikofreie und BPA-freie Luftbefeuchterung für alle Familienmitglieder. Zudem verhindert die automatische Abschaltfunktion jedes Risiko von Trockenlauf oder Brand. Perfekt für Babys Das Topfilling-Design kombiniert einen abnehmbaren Wasserbehälter mit einer breiteren Öffnung von 13,5 cm, damit der Tisch nicht nass wird und das Befüllen sowie Reinigen zu einem Kinderspiel macht. Ein zusätzlicher Aromadiffusor ist nicht erforderlich. Geben Sie einfach 2 bis 6 Tropfen ätherisches Öl in das eingebaute Aromakissen und der Duft füllt den Raum langsam mit Ihrem Lieblingsduft. So wird Ihr Raum zu einem Wunderland für Yoga, Achtsamkeit und Meditation. Nummer 2 in unserer Liste – Levoit Topfil Luftbefeuchter Natürlich kennt man die Beschwerden von trockener Luft im Frühling. Wenn Sie davon betroffen sind, könnte es Zeit sein, sich einen Luftbefeuchter zuzulegen, um sich innerhalb von 20 Minuten besser zu fühlen. Unser Luftbefeuchter erzeugt kraftvollen, kühlen und feinen Nebel, um der Trockenheit entgegenzuwirken. Einfach durchatmen, Feuchtigkeit tanken und erholsamer schlafen. Das Befüllen von unten her ist zu umständlich. Unser Luftbefeuchter mit einem einfachen Topfil-Design ermöglicht ein müheloses Nachfüllen, wenn nötig. Dank dieses Designs gestaltet sich auch die Reinigung spielend leicht. Möchten Sie ein stimmungsvolles Licht genießen? Unser Luftbefeuchter mit ätherischen Ölen strahlt warmes Licht aus und schafft eine verträumte sowie romantische Atmosphäre. Das Licht ist angenehm warm und eignet sich perfekt als Nachtlicht- und Wohnraumdekoration für Ihr Schlafzimmer. Unser BPA-freier Kaltnebelluftbefeuchter ist darauf ausgelegt, Ihnen einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Mit einer Geräuschentwicklung von nur 28 dB hören Sie kaum das Plätschern des Wassers. Sie haben die Möglichkeit, das LED-Licht auszuschalten und die Luftbefeuchter-Einstellung auf eine niedrigere Stufe zu setzen. Die Nebelausstoßmenge lässt sich durch einfaches Drehen einstellen, ohne dass eine Verbindung zum Internet hergestellt oder eine App auf dem Mobiltelefon heruntergeladen werden muss. Auch ältere Menschen und Kinder ohne Mobiltelefon können den Luftbefeuchter problemlos bedienen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Levoit 2, 5L Mini Luftbefeuchter Der Luftbefeuchter mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern deckt eine Fläche von 20 Quadratmetern ab und eignet sich ideal für Schlafzimmer. Dank seines Geräuschpegels von nur 6 und 20 dB können Sie und Ihr Baby die ganze Nacht ruhig schlafen, da er eine Betriebsdauer von bis zu 25 Stunden mit nur einer Nachfüllung bietet. Der abnehmbare Wassertank mit einer großen oberen Öffnung ermöglicht eine mühelose Nachfüllung und Reinigung. Dieser praktische kleine Raumluftbefeuchter ist äußerst hilfreich. Es wird empfohlen, destilliertes oder reines Wasser für den Luftbefeuchter zu verwenden und den Wassertank sowie den Basisbehälter alle drei Tage zu reinigen. Die 360 Grad drehbare Düse ermöglicht es Ihnen, die Nebelrichtung einfach zu kontrollieren, während das Nebelvolumen bequem über einen Drehknopf reguliert werden kann. Der Luftbefeuchter verfügt über eine automatische Abschaltfunktion bei Wassermangel und besteht aus BPA-freiem Material, was Ihnen und Ihrer Familie eine sichere und angenehme Umgebung bietet. Mit kompakten Abmessungen von nur 18x16x26 cm passt dieser Mini-Luftbefeuchter problemlos auf jeden Tisch und in jedes Schlaf- oder Kinderzimmer und nimmt dabei kaum Platz ein. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Luftbefeuchter für Babys unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.